Wasser ist mehr als nur ein Rohstoff. Wasser ist Leben. Aber es ist ständig bedroht. Durch Knappheit und Verschmutzung. Eine Situation, die wir alle durch unser Verhalten direkt beeinflussen. Eine Situation, die Kleinunternehmer und internationale Konzerne jeden Tag beeinflussen können. Sich um Wasser zu kümmern, hat viele Vorteile. Wir schonen Ressourcen, wir sparen Geld und tun Gutes für uns und unseren Planeten. Eine klassische Win-Win-Situation. Darum geht es bei der Metro Wasser-Initiative. Jedes Jahr zum UN-Weltwassertag im März gibt die Metro mit Tipps, Tricks und Produkten Anregungen, die dabei helfen, im Arbeitsalltag Wasser und Geld zu sparen. Wir möchten, dass auch Sie Teil der Metro Wasser-Initiative werden. Lassen Sie uns Gutes tun und gleichzeitig ein gutes Geschäft machen. Machen Sie mit beim Win-Win für Wasser.